Hallo und herzlich willkommen bei Teigwild. Heute gibt es die zweite Zopfvariante. Wir bereiten hier einen Zweistrang Zopf zu. Ich möchte in diesem Video nicht komplett auf die Zubereitung des Teiges eingehen. Dafür verlinke ich jetzt hier in der Infobox und in der Videobeschreibung einmal das Hefezopf Grundrezept, denn genau dieses kommt hier zum Einsatz. Das Rezept mit den Zutaten ist ebenfalls aber auch noch einmal in der Videobeschreibung. Nur die detaillierte Anleitung bzw. der Umgang mit dem Teig, den zeige ich im anderen Video. Aber weiter geht's. Für den Zweistrangzopf bzw. Kreuzzopf, so wie er auch genannt wird, teilen wir den Hefegrundteig in zwei gleich große Stücke. Diesen drücken wir erst leicht flach und rollen ihn dann nur leicht zusammen. Anschließend muss er noch mal für 10 Minuten ruhen. Danach lässt er sich viel leichter ausrollen. Wir rollen ihn auf eine Länge von ungefähr 70 cm. Dabei sollte man darauf achten, dass der Strang einigermaßen gleich dick ist an allen Stellen. So wie ich das hier mit dem ersten Strang mache. Ich habe jetzt hier für das Video auch noch einmal nachgemessen, welche Länge diese hat. Nur damit das Nachmachen später leichter fällt. Ansonsten unterscheidet sich natürlich die Dicke. Es ist nicht schlimm, wenn er etwas kürzer ist oder länger. Nur die Form unterscheidet sich dann ein wenig vom Zopf. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Flechten. Die beiden Stränge werden zu einem Kreuz gelegt und dann geht es von oben und unten gleichzeitig los. Die Hände kreuzen von oben unten nicht. Wenn ich von links an rechts komme, ist die rechte Hand oben und die linke Hand unten. Jetzt wieder hier. Die Hände kreuzen sich nicht. Jetzt wieder von rechts nach links und links nach rechts. Dabei bleibt die rechte Hand oben und so verfahre ich weiter, bis ich den gesamten Zopf fertig habe. Dabei sollte man darauf achten, dass man nicht zu viel Zug auf die Stränge ausübt und diesen nicht immer weiter in die Länge zieht und auch einfach nicht zu fest flechtet. Das gibt später ein unschönes und festeres Ergebnis. Das Ende wird mit etwas Druck festgedrückt und der Zopf an sich einmal noch in eine gerade Position gerückt. Ich gebe ihn dann auf ein Backpapier, wo er ungefähr noch mal für 30 bis 45 Minuten ruhen muss. Das ist abhängig von der Raumtemperatur. 30 Minuten, das wäre ungefähr bei 25 Grad und je kühler es ist, desto länger muss der Teig gehen. Hier sehen wir jetzt noch einmal den fertig geflochtenen Zopf. Um es noch einmal zu verdeutlichen, habe ich mir noch einmal zwei Seile genommen und das Ganze normal geflochten. Genau mit der gleichen Technik. Ich dachte mir nur, dass man das so eventuell noch mal besser sehen kann, wie das Ganze funktioniert. Also auch hier noch mal ein ganz langsam. Von oben nach unten haben die Arme sich nicht gekreuzt, sondern die rechte Hand zieht von oben nach unten und bleibt auf der rechten Seite. Die linke Hand nimmt das von unten und geht es nach oben. Danach wieder von rechts nach links und links nach rechts, wobei die rechte Hand wieder oben ist. Und so verfahre ich komplett weiter. Um aber auch hier das Rezept zu vervollständigen, zeige ich einmal, wie es weitergeht. Der Zopf nach dem Stück Gare wird mit Eistreiche bestrichen. Dafür habe ich Milch und Ei mit einer Prise Salz verrührt. Der Zopf wird gleichmäßig damit bestrichen. Der Backofen wird vorgeheizt auf 190 Grad Ober- und Unterhitze. Dort muss der Zopf für 25 Minuten gebacken werden. Wenn ich eine Eistreiche verwende, brauche ich auch nicht zu schwaden. Wenn ich keine Eistreiche verwende, kann geschwadet werden. Und so sieht der fertige Zweistrang bzw. Kreuzzopf aus. Er hat eine schön hohe Form und einfach ein schönes Muster bekommen und war dazu noch sehr lecker. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Nachbacken und Flechten und dann am Ende beim hoffentlich gelungenen Ergebnis auch einen guten Appetit. Lasst mir auch sehr gerne ein Abo da. Die nächsten Videos werden nochmal ein Produkttest und ich werde noch weitere Videos zu den verschiedenen Flechttechniken veröffentlichen. Bis zum nächsten Mal.